Hallo meine lieben Schätzleins, all die, die so nicht genannt werden möchten, beziehungsweise noch nicht genannt werden möchten. Möchtet ihr eigentlich noch diesen Gruß haben? Wovor ich jetzt loslege hier, ich frage euch mal, sagt mir das mal, möchtet ihr das noch hören von mir? Manchmal denke ich mir so, ja, ich mache das jetzt schon so viele Jahre, es nutzt sich irgendwie ab. Aber ich weiß, dass viele mich darauf ansprechen, wenn ich euch nicht so begrüße. Es gehört irgendwie zum guten Ton dazu. Und ihr dürft jetzt alle gleich mal in die Kommentare schreiben, natürlich neben der Tatsache, wie ihr diese Uhr hier findet, ob ihr künftig noch so angesprochen werden oder ob einfach ein einfaches Hallo meine Lieben euch reicht. So viel zur kleinen Sinnkrise am Ende des Jahres 24. Jetzt kommen wir aber zu einer Uhr, die nichts mit Sinn, was für ein Bordwitz zu tun hat, sondern wir reden von einer Uhr, die eine Jubiläumsuhr ist. Sie wurde vor 80 Jahren, ja, wurde Titoni damit beauftragt, eine Uhr für die US, für das US-Militär zu machen. Und dabei handelt es sich um eine Fliegeruhr. Und Titoni hat jetzt zur Neuauflage des Jubiläums die Airmaster Pilot in 43 Millimeter herausgebracht, mit ein paar sehr interessanten Features. Das heißt, alle Fliegeruhren-Fans aufgepasst. Kommen wir zunächst zum Kann ich das tragen? Ja, nein. Ich von meiner Seite aus logischerweise 43 Millimeter ist mein Cup of Coffee, ist meine Größe. Unverständlich. Wiederum, wenn man so große Uhren macht, Titoni, ich kann mir vorstellen, ihr habt größere Armbänder, dann macht es doch direkt dran. Ich habe wieder das Ding im letzten Loch. Ich kriege es nicht mal unter die Lasche gefriemelt. Von daher ist das, finde ich, immer sehr wichtig. Ich weiß nicht, ich würde solche Uhren grundsätzlich mit größeren Bändern ausliefern. Weil jemand, der etwas schmaleres Handgelenk hat, der hat halt ein bisschen mehr Überstehen, was ich sogar optisch ganz schön finde. Wenn das quasi das Band halt so überragt, dass es halt wirklich ein gutes Stück durch die beiden Schlaufen passt, würde ich mir manchmal bei mir wünschen. Finde ich sogar optisch ansprechender. Von daher verstehe ich immer nicht diese Längen. Aber vielleicht ist das sehr subjektiv. Das könnt ihr mir sagen. Was man vor allen Dingen auch feststellt ist, gerade wenn wir schon, ich meine, wir zäumen jetzt mal die Uhr von hinten auf, die Schließe ist sehr schön. Es ist sehr robuste, sehr schöne, richtig klassische Dornschließe mit einem fetten Dorn, mit einem wirklich massiven Schließe hinten dran. Und das Interessante ist dabei, so wie die Uhr auch, und so wie das hier aussieht, wird es das auch sein. Alles aus Titan. Ja, wir haben hier eine Titan-Fliegeruhr. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich schon jemals eine Titan-Fliegeruhr in den Händen hatte. Ihr könnt mir jetzt mal in die Kommentare schreiben, welche Marke denn Fliegeruhren herstellt und dort ein Titan-Modell hat. Also wirklich Fliegeruhr. Weil ich hatte gerade an eine Uhr gedacht, die bald rauskommen wird. Aber das ist keine Fliegeruhr. Also, welche Fliegeruhrenmarke hat denn Titan-Uhr? Weil das finde ich echt spannend. Weil Titan ist ein sehr schönes Material. Und mittlerweile hat man es irgendwie verstanden. Ich weiß gar nicht, wie Breitling das früher gemacht hat. Gerade als der Avenger in Titan rauskam, der war mit Band so leicht, dass ich mir gedacht habe, Wahnsinn. Ja, also das war ja wirklich, viele haben das ja immer kritisiert. Oh, Titan, das ist so leicht. Und wenn ich heute die Titan-Uhren mir in die Hand nehme, denke ich immer so, ach ja, so viel Unterschied finde ich jetzt nicht zu einer normalen Uhr. Sie wiegt nicht viel, da kommen wir gleich drauf. Aber es ist jetzt aber auch nicht auffällig wenig. Ja, vielleicht ist es bei Breitling so extrem aufgefallen. Da können wir auch mal in den Kommentaren drüber diskutieren. Weil der Avenger früher mit dem normalen Avenger verglichen und den Stahlband natürlich daran wahnsinnig wenig Gewicht hatte dann. Das ist ja eine Riesenunterschied. Hier ist jetzt ein Lederband dran. Wäre jetzt hier, sag ich mal, auch noch ein Titan-Band dran und man würde wahrscheinlich beide Pendants vergleichen, wäre der Unterschied wahrscheinlich deutlich spürbarer. Aber vielleicht liege ich da auch falsch. Vielleicht ist auch irgendwas anders gemacht worden. Ja, können wir überall drüber sprechen. Jetzt geht es weiter mit der Titanin. Also, wie gesagt, Jubiläum-Auflage, sehr interessant gemacht, weil wir haben so eine Art Sandwich-Dial. Das heißt, wir haben unter dem eigentlichen Dial, ein Super-Luminova-Dial. Das heißt, wir haben hier wirklich eine gute Ablesbarkeit auch im Dunkeln. Es ist zwar so ein typisches Vintage, so Vintage-Luminova, also dieses leicht, ja ihr wisst, beige Farbe, wird natürlich nicht so super leuchten wie weißes Super-Luminova. Aber dadurch, dass es sehr massiv ist, ist es schon auf jeden Fall sehr spannend und macht auch so ein bisschen, ich finde ja, also ich persönlich finde ja Fliegeruhren immer ein bisschen langweilig. Mein Ding ist es halt nicht. Ja, so ist auch diese Titanin keine Uhr, die ich persönlich für mich tragen würde. Aber ich glaube, für Fliegerfans, die auf genau dieses schlichte zurückgehaltene Design stehen, ist das genau das Richtige. Und dann finde ich es eben spannend, dass es eben nicht so ein typisch flaches Design ist, sondern dass man eine Ebene geschaffen hat auf dem Ziffernblatt. Das finde ich cool. Die Zeiger sind schön groß, gut ablesbar, sind ganz normal in Silber gehalten, sind gebürstet, wenn ich das richtig sehe. Wir haben eine schöne griffige Fliegeruhren, typisch große Krone. Ja, das Ganze ist nicht verschraubt, aber sehr schön. Also die ist auch nicht, wisst ihr, ihr habt ja so manche IWC Uhr, wo das Ganze so sehr groß wirkt, auch nicht wirkt, ist. Und hier ist es zwar eine größere Krone, einer Fliegeruhr würdig, aber haptisch passend. Da drauf ist nochmal das Titanin Logo, auch sehr schön. Und was mir richtig gut gefällt, und das ist mal wirklich ein toller Boden. Ja, es ist kein Glasboden, brauchen wir auch nicht bei einem SW 200. Da kommen wir auch gleich noch drauf. Hier ist wirklich richtig schön ein Pilot herausgearbeitet mit Airmaster, Propeller im Hintergrund, richtig tiefes Relief. Das sieht gut aus, das macht einen super wertigen Eindruck. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, fast schon eine kleine Besonderheit nochmal an dieser Uhr, weil, ja, das sieht wirklich gut aus. Das gefällt mir. Die Uhr gibt es eben auch noch in Silber-Weiß. Ich habe jetzt hier die schwarze Variante und ihr könnt diese Uhr auch bei mir anschließend, wie immer, im Shop zu einem günstigen Vorführer-Preis erwerben. Link packe ich euch in die Erschreibung und zwar für 1.399 Euro. Normalerweise kostet diese Uhr 1.840 Euro. So, jetzt nochmal zu den technischen Daten. 43 Millimeter im Durchmesser hatten wir schon gesagt. Und trotz dieser Größe wiegt sie tatsächlich nur 86 Gramm. Das ist nicht viel. Und trotzdem hat sie ein Gewicht, wo ich sage, das ist angenehm. Das ist nicht zu leicht, nicht zu schwer. SW200 hatten wir schon gesagt, als Chronometer, also COSC-zertifiziert. Ja, kommt zum Einsatz mit einem Weicheisenkäfig, um eben Magnetfeldschutz zu bieten, bis zu 500 Gauss. Und die Uhr wird selbstverständlich bei Titoni komplett montiert und fertig gemacht in Grändchen. Wer sich mal anschauen möchte, wie dieses Familienunternehmen arbeitet, kann sich gerne mal mein Video zur Manufakturbesichtigung anschauen. So, sprechen wir über den Preis. 1.840 Euro für eine Uhr mit wirklich von den technischen Features her einigen Besonderheiten. Titan. Titan ist immer teurer. Kost-Zertifizierung bei Werken ist immer teurer. Sandwich-Ziffernblätter sind immer teurer. Ja, also ihr habt hier schon einige definitiv Punkte, die eine Uhr teurer machen. Und wenn wir jetzt noch überlegen, dass das wirklich ein familiengeführtes Unternehmen ist und kein Konzern, finde ich 1.840 Euro für die Uhr angemessen. Ist kein Mega-Schnapper. Das ist auch ganz klar. Es ist aber auch nicht so, wie manch anderer. Ja, wie soll man sagen? Also ihr kennt die ganzen Negativbeispiele aktuell in der Uhrbranche, wo die Preise einfach explodieren. Das finde ich nicht. Hier finde ich, hat man sich angemessen, ja, für diese Uhr oder zu einem angemessenen Preis entschieden. Und letztendlich, ich weiß manchmal nicht, dieses Video hat viele philosophische Uhren, philosophische Betrachtungsweisen. Manchmal weiß ich immer nicht, wie soll ich persönlich mit einem Preis umgehen, weil ich mache die Preise ja nicht. Bei manchen Uhren habe ich tatsächlich Angst, den Preis zu nennen, weil er einfach so utopisch hoch ist, dass ich denke, wie zuletzt, wo ich ja wirklich ein Video darüber gemacht habe, bei der Omega. Dann gibt es wieder Uhren, die haben so ein sensationelles, günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis, wo ich mich dann aber wieder frage, wie nachhaltig ist das? Wie lange kann eine Firma überleben? Wie viel Service kann sie bieten? Wie kann das funktionieren im Punkto Qualität und Leistung, wenn man mit so geringen Margen arbeitet? Machen wir uns nichts vor. Wir wollen doch alle ein geiles Stück Technik haben. Und natürlich sind für alle gerade in den letzten zwei, drei Jahren sehr preissensibel geworden, weil für uns das Leben einfach deutlich teurer geworden ist. Jetzt kommt unser Hobby dazwischen und wir haben ein, ja, natürlich ein Problem, weil wir würden uns gerne nach wie vor alles Schöne leisten, aber alles Schöne ist irgendwie nur noch teurer geworden und teilweise in utopische Höhen. Und deshalb stehe ich dann immer davor, weil manche Preiserhöhungen ja auch ihre Legitimation haben. Denn mancher Preis ist oder die meisten Preise sind natürlich auch bedingt durch eben die 20, 25 Prozent, die teilweise Anstieg an Kosten hatten, auch gestiegen. Und wenn so eine Uhr vorher dann mal, sage ich mal, 13, 14 Euro gekostet hat, dann muss die jetzt eben 1.800 Euro kosten. Aber wir bleiben immer noch in unseren Köpfen. Natürlich, was bleibt uns hängen? Die günstigen Preise, die es mal früher gab. Und deshalb ersten Moment habe ich gedacht 1.840 Euro ist schon ein Preis. Aber wenn man dann halt runterrechnet und ich muss das einfach hier auch mal so ein bisschen finde ich zumindest von meiner subjektiven Wahrnehmung. Ich versuche sie so objektiv wie möglich zu machen, weil ich ja wirklich auch in dieser Branche tief drin stecke, muss man einfach auch dann mal überlegen. Wie kommt es zu so einer Preisfindung? Die gehen ja da nicht hin bei Tito und würfeln und sagen, der Preis hört sich aber gut. Das machen wir ja nicht. Sondern sie überlegen sich ja schon, weil am Ende möchte Tito ja auch für euch schöne Uhren bauen und sie auch erfolgreich am Markt platzieren. Und ja 1.840 Euro ist ein angemessener, vernünftiger Preis. Wie gesagt, ist jetzt nicht der Schnapper, wenn wir vergleichen, was manche andere Micro Brands da bieten. Aber das finde ich dann manchmal auch immer ein bisschen fraglich. Und viele wirst du dann auch irgendwann verschwinden sehen. Und das ist eben so diese Balance. Habe ich ja bei meiner Marke auch immer so gemacht. Aber es geht hier um die Tito. Wir schweifen heute ab, aber es fällt auch mal nicht verkehrt. Weil wir wollen doch nicht einfach immer nur so ein absolutes, nüchternes, runtergesprochenes Review. So diese Uhr ist deshalb toll, weil sie deshalb schön ist und das sind noch die Features und jetzt ist alles toll. Ich finde, wir sollten wieder mehr zu diesen Back to the Roots Reviews kommen. Ihr merkt ja vielleicht so ein bisschen. Es hat sich schon so ein bisschen gewandelt hier. Ich habe schon wieder mehr Sachen gemacht, die mir persönlich einfach auch mehr Spaß machen. Und ich finde auch in so einem Video sollte man einfach über bestimmte Dinge auch sprechen, weil das kann ja mit einfließen. Es geht ja bei uns nicht um die coole Uhr, die wir jetzt hier vorstellen, sondern es geht ja um alles immer. Es geht ja immer unser Hobby und eine Uhr wie diese hier gibt dann eben Anlass, über bestimmte Punkte zu sprechen. Auch das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Wenn das für euch interessant ist und ihr das gut findet, dann immer rein damit. Und wie immer. Also ich bemühe mich wirklich wieder alle fundierten, guten, vernünftigen Kommentare zu beantworten. War in letzter Zeit wieder ein bisschen eingeschlafen. Da war aber auch jetzt nicht viel jetzt dabei. Das waren immer nette Kommentare. Alles gut. Aber manchmal finde ich so ein bisschen diese fundierteren Kommentare finde ich einfach schön. Es ist zwar mal ein bisschen mehr zu lesen für mich, aber ja, die Einlassung ist dann doch immer spannend und diese Kommunikation mit euch finde ich einfach Gold wert. Das ist das, was diesen Kanal eigentlich mal ausgemacht hat und wo ich heute noch nach so vielen Jahren wirklich Lust drauf habe. So, meine Lieben, mein Schlussfazit. Eine schöne, interessante Uhr für alle Fliegerfans. Titan, wie gesagt, weiß ich nicht, ob Titan nicht am Ende von kaum einer Marke im Fliegerbereich gemacht hat. Das bin ich aber auch nicht. Wisst ihr, ich habe ja nicht immer alle Flieger im Kopf, weil das einfach nicht mein Cup auf Kaffee ist. Aber ich denke mal Kaffee. Ihr versteht es. Aber ich denke mal, ihr da draußen, die auf Flieger stehen, die werden das vielleicht voll im Kopf haben und sagen, Markus, die und die Uhr auch Titan, die und die Uhr auch Titan. Oder ist es was Besonderes? Dann ist es ja auch cool. Also ich für mich und für die Flieger, die ich bis jetzt vorgestellt habe, finde ich Titan cool. Besonders. Habe ich noch nicht so gesehen. Und ja, in der Kombination mit dem Sandwich-Teil, der wirklich qualitativen Gesamtverarbeitung, solide, sehr schöne Titonie. Und jetzt lasse ich euch auch zufrieden mit meinem Gelaber, mein Lieben. Wie ein Scheibenkleister. 17 Minuten. Ich glaube, da muss ich einiges mal wieder rauscutten. Ich versuche euch das so kurzweilig wie möglich zu machen. Daumen hoch fürs Video wäre ein Träumchen. Und wir sehen uns hoffentlich dann in den fundierten und schönen Kommentaren. Bis dann mal.